Das ist der Hammer, Leute. Eine M4 mit dem Briefing-Skin. Wow, die haben wir noch was für die Girls, für die Ladies. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur neuen Operation hier bei CSGO. Es geht um die Operation Hydra. Sieht das nicht hammeredel aus? Hallo? Ich hab diese ganze Operation-Geschichte seit der letzten Operation nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Die hat mir jetzt auf Twitter und auf Facebook ganz viele PMs geschrieben, dass die neue Operation ja da ist. Und ich dachte mir so für den Anfang, schau ich mir einfach mal jeden Skin an, den es eben in dieser neuen Operation gibt. Also in der neuen Kiste. Ihr könnt gerne dabei sein. Als erstes haben wir da die USPS-Blueprint. Die sieht schon wirklich geil aus, oder? Dieses Netz hier sieht aus wie so Zeichenpapier. So Millimeterpapier, weiß ich. Wer schon mal irgendwie in technischen Berufen, keine Ahnung, oder im Labor was zeichnen musste, Grafen oder so, da. Dieses Papier kennt man dann. Die finde ich jetzt viel, viel schicker wie diese andere blaue USPS. Night? Heißt die Night? Keine Ahnung. Die finde ich gar nicht mal so schick. Aber die hier, kann ich nicht sagen. Danach kommt die Farmers Makabre, Sick und Schick zugleich. Totenschädel, sehr makaber. Und scheinbar Schlangen-Skin dazwischen nicht. Also die Farbwahl ist jetzt halt nicht optimal. Klar, Schlangentechnik oder Schlangenhauttechnik könnte das vielleicht zutreffen. Aber in Grün, Blau oder selbst in Rot fände ich es irgendwie schicker wie das. Sie sieht jetzt nicht schlecht aus oder so, aber auch nicht gut. Okay. Leute, eine M4 mit dem Briefing-Skin. Der mir auf der UMP ja schon sehr gut gefällt. Auf der UMP ist er drauf, glaube ich, ne? Ja? Jetzt wäre natürlich noch herauszufinden, ob dieser Skin der gleiche auf der UMP ist oder ob der jetzt hier verändert wurde. Ich glaube, er wurde verändert, oder? Das sieht nicht komplett ähnlich aus hier drauf. Die Briefing gefällt mir eh schon sehr gut und auf der M4 sieht es noch ein bisschen schicker aus. Vor allem hier vorne auf dem Schally. Da ist der A-Spot. Das ist ja der State direkt, ne? Ich werde natürlich auch alle Missionen von dieser Geschichte spielen. Ich weiß nicht, ob diese Competitive und Casual-Missionen auch so sind wie früher. Dass man irgendwie Molly-Damage machen muss oder dies und das im Online-Modus eben. Die Koop-Mission werde ich mit Wallin zusammen angehen. Ich denke, dass wir da wahrscheinlich alles schaffen. Ganz klar. Jede einzelne. Direkt im ersten Versuch. Logisch. Wenn ich mich recht zurückerinnere, waren diese Koop-Missionen auch das, was ich am liebsten gemacht habe bei den letzten Missionen. Die fand ich einfach Hammer. Egal, weiter geht's. Guck mal da, die McTenaloa. Aloe Vera. Irgendwie etwas schwach. Die ist FN, aber sie sieht irgendwie schwach aus. Sie sieht schon stark verblichen aus. Als wenn man auf Hawaii-Ware und so ein ganz altes Haus findet, das mal so bemalt war, aber schon seit 30.000 Jahren leer steht. Und die Farbe schon so abblättert. Die Sonne einfach schon die Farbe zerstört hat. Trotzdem wünsche ich mir das gehen. In der Case gibt es auch eine Mc7 und zwar die Hard Water. Die ist schon hart. Guckt euch mal dieses Türkis hier an oder was es ist. Der sieht geil aus. Warum ist die ganze Waffe nicht einfach so wie sie? Gibt's die? Ah, so eine gibt's schon diese. Sogar eine Mc7, glaube ich. Die fast nur diese Farbe hat. Ja, okay. Ja, das hier drin ist jetzt nicht so besonders. Also eigentlich gar nicht besonders. Das hier gefällt mir überhaupt nicht. Scuba Diver 5-7, glaube ich, ist es. Eine 5-7? Ne, doch. Naja, weiter, weiter. Die Tech-9 Cat-Out kommt als nächstes in der Kiste. Schwierig. Cooles Muster. Sehr, sehr cooles Muster sogar. Auch, dass es nachher vorne ausfadet oder eben dunkler wird. Aber warum ist hier unten nichts drauf? Das macht's echt nicht besser. Schönes Muster, schöne Farbwahl, aber das muss hier unten auch drauf sein. Sonst kann ich das Ding vergessen. Der nächste Platz in der Kiste ist die um 45 Metal Flowers. Schwierig zu erkennen. Beziehungsweise wenn man weiß, dass es eben metallische Blumen sein sollen oder Blumenköpfe, dann erkennt man da schon diverse Rosenköpfe oder sowas. Ach, guck mal hier. Hier sind noch Totenköpfe drauf, warte mal. Oh mein Gott. Die sind schon cool aus, die Totenköpfe, kann man nicht sagen. Aber so an sich ist es schwer zu erkennen. Das ist irgendwie... Jetzt nicht nur der Hammer. Ach, guck mal hier, die AK-47 Orbit MK01. Mhm, mhm. Erinnert mich auch an irgendeinen Skin. Nicht von der Farbwahl, aber von der Zeichenwahl her so ein bisschen an die Reboot. An diesen Revolver, dieser Tron, beziehungsweise nicht Tron, Robocop-Revolver. Das, finde ich, sieht ähnlich aus. Aber es hat auch so Halo-Flair, oder? Könnte auch eine Wand aus dem Halo-Universum sein, aus irgendeinem Raumschiff aus der Pillow of Autumn oder sowas. Hier diese Eins steht für irgendeinen Raum, wofür den Sonnenstallo. Schon nicht schlecht, aber ist mir noch zu schlicht, um wirklich sagen zu können, die muss ich haben oder so. Als nächstes steht die P2000 Woodsman auf dem Programm. Ja, naja. So vom Namen her würde ich tatsächlich annehmen, dass die irgendwie ein Jäger oder eben ein baumfällender Mensch trägt, um sich vor Wölfen oder Schweinen oder sowas zu verteidigen. Ich finde, sie erinnert auch ein bisschen an eine Sportwaffe, die man in einem Verein nutzt. Ja, ist jetzt nichts Besonderes irgendwie. Außer einem gefällt eben genau dieses Wald-Tarnmuster. Wobei das hier oben da wiederum zu arg raussticht. Es passt zwar dazu, aber um sich zu tarnen, ist es, glaube ich, dann doch schwierig, auf einmal so orangen Akzente in so großen Mengen zu zeigen. Die P250 Red Rock ist die nächste. Das hier ist kein Sticker, nur um es festzuhalten. Das gehört da drauf. Durch diese große Verpixelung sieht es aus wie eine Minecraft-Map von oben. So mit Wüste und Lehmflächen. Irgendwie sieht sie besonders aus, aber auch nicht so besonders, oder? Sie ist nicht total abgefahren. Ich würde sagen, auf der Notenskala so eine 3+. Au, 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 Leute. Als nächstes haben wir eine P90 am Stitzel und zwar Death Grip. Wow, die sieht wirklich interessant aus, oder? Diese Todesgriff-Hände. Egal wie du deine Hand machst, du musst sie nur formen wie eine dieser Hände und schon kannst du den Todesgriff machen, so Vulkanier-mäßig. Zack. Oh, guck mal hier. Sehr schöne P90. Dann haben wir hier noch ein Scout im Angebot, die Death's Head. Ich, ich, erkenne, ich weiß nicht, was, was ist, was sieht man da? Ist das so ein Ding, das man nur so einen gewissen Winkel erkennt? Kann das sein? Sieht aus wie ein Jagdgewehr aus der Savanne oder sowas. Bespannt mit irgendwelchem Leder. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. An sich gefällt mir auch Jagen in der Savanne nicht, gell? Macht das nicht. Das darf man nicht. Hör auf. Lasch die Tiere in Ruhe. Guckt euch mal diese Duel Barretas an. Cobra Strike. Da drauf und hier oben das Gift, das man injiziert in den Feind. Das Unterstück ist zwar schlicht, aber das hier oben macht es easy wieder weg. Das ist... Ah. Hammer. Wow. Und hier haben wir noch was für die Girls, für die Ladies. Die Galila Air Sugar Rush. Die Sugar Rush. Sucker, zucker. Guck mal hier. Ach Gott, ach Gott, ach. Und hier ist noch ein Karnickel drauf. Die Mädels werden gerade richtig... Kichst du untenrum? Also im Bauch so... No, ist das süß. Oder wo fühlen Frauen diese Süßigkeit, wenn sie so süße Tiere sehen? Eher hier. So ungefähr. Ich glaube, hier fühlen Frauen das. Hier. Bei Frauen ist da ja kein Adamsapfel, sondern eben das Organ, um Süßigkeiten zu erfüllen. Aber nicht um essbare Süßigkeiten zu erfüllen, sondern eben um die Süßigkeit in Tieren zu entdecken. Oder in Dingen. Cooler Skin. Also gefällt mir auch. Also so ein bisschen. Ich mag natürlich lieber Frauen und Toten und sowas. Leute. Leute. Die M4A4 Hellfire. Guckt euch mal dieses Teil an. Look at this, Harold. Fucking delicious. Steht hier noch was? Weed? Smoke weed everyday? Ah ja. Na ja, natürlich. Was steht denn hier? Ich kann es nicht erkennen. Hier diese Comic-gezeichneten Totenköpfchen. Dieser kleine fette Teufel. Und hier vorne, guck mal da. Extrem cooler Skin. Oh mein Gott. Ne 5-7 Hyperbeast. Leck mich am Ärmel. Ich bin gerade so ein bisschen am Hyperventilieren. Was für ein geiles Teil. Guckt es euch an. Die Zunge ist der Trigger. Das ist der Hammer. Leute. Dieses Ding. Insta-Track. Und die Hyperbeast Collection geht ab, Alter. Guck mal, hier vorne ist sogar so ein Messer mit Blut, Orange, Purple, Blau, Blau, Rosa, Rosa. Oder Blut dran. Ich raste gerade total aus, Kinders. Mein Hohr fliege mir schon ins Gesicht. Krass. Ich glaube, ich brauche nicht zu sagen, dass das mein absoluter Lieblingsskin in dieser Kiste sein wird oder ist. Hammer. Und zu guter Letzt haben wir noch eine AWP ohne Taiji in dieser Kiste drin. Nice. Schon nice. Wer auf solche Kunst steht, für den ist es sicherlich ultra nice. Ich finde es jetzt nicht so extrem bombig. Die Waffe hat auch viel Purple drin. Schön. Hier unten ist wieder irgendeine Teufelsgeschichte. Hier oben steht irgendwas drauf. Du bist der coolste. Oh, danke schön. In dieser Hydra-Kiste gibt es als Rare Special Item auch Gloves, aber die konnte ich bis jetzt noch nicht finden. Da müssen wir eben abwarten, bis da weitere Infos raus sind. Ich freue mich schon echt extrem, jetzt hier die Sache anzuspielen. Vielleicht kommen heute sogar zwei Videos. Ich weiß es noch nicht, je nachdem, wann dieses Video kommt. Wenn dieses Video sehr früh kommt, könnt ihr euch wahrscheinlich darauf gefasst machen, dass heute direkt noch ein Video zu dieser Hydra-Sache kommt. Und zwar eben ein Casual oder Competitive Match auf diesen neuen Maps. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich irgendwie wissen. Ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Im Moment gibt es gerade ein Knife-Giveaway in meinen Livestreams. Also seid am Stizzle. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.